Das Genie beherrscht das Chaos. Kennt ihr das noch nicht? Von mir aus kann ich hier noch ein bisschen Unordnung reinpacken. Kein Problem. Ich hab hier noch ein paar Sachen, die ich nach hinten schmeißen kann. Oh! Oh! Ja, so macht aufräumen Spaß! LOL! Ich hab nicht mal gezielt, ich hab einfach so... Cool! Geil! Wenn ich das jetzt nochmal schaffe, ne? Okay, ich muss auch sagen, der Karton ist groß, aber LOL! Ich mach einfach so aus... Oh mein Gott! Geh mal hin, ich schmerz. LOL! Ey, jetzt mal ohne Witz, ne? Ich hasse ja Teletubbies. Aber der eine hat so ein rundes Ding und der andere... Gelassen ist es einfach. Fällt mir auch jetzt erstmal auf. Ich hab darauf in ihn geachtet. Du musst die Spitzsacke kriegen. Ja, ich mag dich nicht treffen. Aua. Sehr gut. Fies. Ich hatte Angst, draufzuhauen. Oh Gott! Oh Gott! Aua! Aua! Ich hab was da! Nein, ich wollte ihn! Ich wollte ihn! Es tut mir leid! Hey, ich bin sorry! Ich bin sorry! Boah, guck mal wie viele das sind! Oh Gott, ich glaub die hat uns! Okay! Tschüss! Nein! Oh Gott! Ah, ich verstehe! Ah! AC, hilf mir! Wohin? Wohin? Nein! Nein! Ich guck... Ich verstehe! Oh nein, mein Ausdauer! Lass mich nicht zurück! Doch! Warum muss die denn auf mich angreifen? Erst mal den Kleinen hier! Okay, nicht der Große! Man schlägt keine Mädchen! Ja, genau! Der ist Halsschmerz! Ja, und du auch! Bam! Hey, you kids! Hey, renn ich rein? Helf mir dein Bruder auch nicht! Du auch! Oh, hier sind zwei starke raus! Oh Gott! Okay, mach dir zu! Ich hab das fast gar nicht mehr! Ah, ich komm nicht raus! Oh mein Gott! Der hat Laurie durch! Bleib liegen, Laurie! Bleib liegen, Laurie! Oh, lol! In welche Richtung musst du die davon? Wo geht's nach Hause? Ja, ich bin meine Munition wieder! Nein, ich bin tot! Warum? Das haben wir benutzt! Nein! Ich hab abgegradet! Und die Tür war auch abgegradet! Hä? What the fuck? Ich glaub, die Tür passt einfach nicht mehr rein, wollte er mir damit sagen! Check die Fallen aus und mach die direkt neu und frisch! Ich muss mir gar nichts sagen, dann bist du meine Mama! Doch, jetzt schon! Nenn mich Mama mal! Guck mal Laurie! Ja, wo's denn? Oha! Ich hab einen! Oha! Du hast mein Auge getroffen! Oha! Was ist mit dir? Ich will auch mal einen werfen! Oh cool! Ich hab ihn jetzt eingesammelt! Ich wollte eigentlich so einen Messerwerfer-Style machen, so einen ganz knappen vorbei! Ey, guck mich mal an! Ey, jetzt ist er noch weg! Bist du doof! So! Toll! 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 Mann ey! Scheiße! Ich hab ihn voll erschrocken! Aua! Das wird weh! Ey, das... Ey, das... Trinkts an! Friendly Fire! Können wir dich auch anzünden? Komm mal her! Au, das tut voll weh! Stimmt! Assi, Alter! Alter! Was ist bei dir? Ich hab's doch gesagt, jetzt reicht's! Das war das internationale Zeichen für, ich hol den Flammenwerfer raus! Ja, genau! Oh! Oh, komm! Da ist noch einer! Ich kann mich halten! Oh Gott! Oh Gott! Wo sind sie? Ja, wieso laufen die ja nicht rein? Ich weiß nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Oh mein Gott! Ich hab Herzinfarkt grad gekriegt, ne? Die Königin ist eilig aus dem Casino geflohen. Sie können entweder die Verfolgung fortsetzen oder zu ihrem Schiff eilen. Die Verfolgung fortsetzen. Sie erreichen die nächste... Oh mein Gott! Ich dachte, das wäre die Königin. Auf jeden Fall würde ich gerne noch ein Halloween-Bild mit euch machen. Alter, jedes Mal! Ja, ich hab ja gesagt, ich bin ja gestern noch duschen gegangen und mir die ganze Schminke aus... What the fuck! Oh mein Gott! Ich glaub, ich muss das wieder entfernen, ey. Halleluja! du schaffst das er hat gerne ungern er würde gerne früher, wenn es geht ach so, wenn die Sucht so groß ist oh Gott, zum Glück lebe ich in dieser Welt nicht ich bin schon längst tot ja ok, also AC-3, die wirken ich wollte mal tanzen, ob es auch wirklich funktioniert ich glaube Ingwer-Soro ist nicht so lecker mit so'n kleines bisschen was abgeschnitten oh Gott oh, es ist scharf oh, es war zu groß ja oh, meine ganze Fresse brengt was mache ich denn jetzt hänge ich plötzlich Baden dran oh mein Gott oh mein Gott, ich sterbe sterbe der Mikrofon ist echt riesig ja, damit die Leute wissen, ich brauche nichts ich bin glücklich mit allem drum und dran ich habe ein Mikro ich habe ein PC oh Gott, das könnte man jetzt auch so pervers verstehen, ne? es war wirklich nicht pervers gemeint aber wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke wow es war wirklich ihr glaubt mir sowieso nicht als ob du das nicht direkt gedacht hast nein, weil ich gerade so voll lecker am Essen war und ich dachte halt, dass man das halt so schön sieht dass die Leute wissen ich bin glücklich also nicht mit dem Mikro, aber egal, lassen wir das einfach lassen wir das einfach wir ignorieren das ich habe das niemals gesagt keine Ahnung, da gibt es alles gar keinen Sinn Mirko? riesiges Mirko aha Mirko ich wusste schon immer, du hast deinen Namen Strobo gab dir den Namen Mirko Mirko, wie fühlst du dich heute? bei dir bäumelt aber auch immer so ein Geist da unten rum, ne? der Mirko oh wenn man das benutzen will ah da ist es ja ich habe das schon gesucht Mirko lässt frei baumeln der Kamm auch aber dir ist ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es gibt leider nur die Hälfte. Alter, dein Maul! Oh Gott! Oh mein Gott! Scheiß, scheiß Mickey Mäuse! Oh mein Gott! Nee, ich kann nicht. Oh Gott, Hilfe! Oh Gott, er hat sein gesperrt! Macht er einen Kruzifix! Hilfe! Hilfe! Ganz pesticide! Sie zeigen Redaktion, um das jetzt Zeit nochmals auf morgen! In unserer K Virginie wird gelesen! Es ist das relativ zucchinetgered.